Moin, moin, mein Bester! Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sprechen über einen psychologischen Trick, der dir dabei hilft, im Bett deutlich länger durchzuhalten. Und wenn ich ehrlich bin, ist es nicht nur ein kleiner Trick, der dir hilft, länger durchzuhalten. Wenn du das Ganze wirklich ernsthaft betreibst, kann es wirklich dafür sorgen, dass sich deine mental bedingten Probleme mit vorzeitigem Samenerguss komplett auflösen können tatsächlich. In diesem psychologischen Trick steckt auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial, viel für dein Sexleben und deine sexuelle Ausdauer zu erreichen. Also, lass uns direkt einsteigen. Wenn du mir schon ein bisschen folgst, dann hast du vielleicht schon mal gehört, dass das Thema zu früh kommen, das Thema vorzeitiger Samenerguss, für viele, viele Männer ein mentales Ding ist. Das ist ein mentales Problem. Und manche Männer sind sich dessen bewusst, andere Männer wiederum sind sich dessen nicht wirklich bewusst. Und sie denken zum Beispiel, hey, ich muss einfach nur ein bisschen PC-Muskeltraining machen und dann flutscht die Sache hoffentlich wieder in ein paar Wochen. Aber die Erfahrung aus meinen mittlerweile vielen, vielen Coachings mit Männern, die beim Sex früher zu früh gekommen sind, ist, dass in wirklich 95% aller Fälle mentale Ursachen, also mentale Druck, mentale Anspannung bis hin zu einer wirklich handfesten Versagensangst, eine der wichtigsten Ursachen oder eine der größten Ursachen dafür ist, dass Männer immer und immer wieder in diesen vorzeitigen Samenerguss getrieben werden. Und deswegen ist es eben super wertvoll und notwendig, dass wir genau hier oben auch ansetzen, um das Problem am Ende des Tages wieder zu lösen. Einen Ansatz will ich dir heute mit auf den Weg geben und der sieht wie folgt aus. Wenn du ein Mann bist, der zu früh beim Sex kommt und gleichzeitig auch einen gewissen Druck spürt, eine gewisse Anspannung spürt, dann bin ich mir sehr, sehr sicher, gibt es auch ein Szenario, vor dem du dich momentan fürchtest. Es gibt vielleicht das Szenario, ein kurzfristiges Szenario, du kommst zu früh, danach schämst du dich. Du kommst zu früh, danach hast du Angst, was die Partnerin jetzt über dich denkt. In anderen Worten, du steigst mit deiner Partnerin ins Bett und es bäumt sich in dir schon so eine gewisse Angst auf, was passiert jetzt, wenn ich wieder zu früh komme? Die Angst ist einfach, hey, es kann sein, dass ich drei, vier, fünf Minuten entfernt bin von einem Zustand, wo ich mich richtig schlecht fühle. Und deswegen bäumt sich in dir völlig zu Recht eine gewisse Anspannung auf, eine gewisse Unsicherheit und vielleicht sogar eine gewisse Angst oder Nervosität. Weil du möchtest nicht dich schlecht fühlen, du möchtest dich nicht unwohl fühlen, du möchtest dich nicht peinlich berührt fühlen in irgendeiner Form. Der Mensch möchte sich gut fühlen und wenn eine schlechte Situation bevorsteht, dann versuchen wir davon wegzubleiben. Und du kannst dir natürlich vorstellen, dass es beim Sex nicht besonders gut funktioniert, wenn wir in uns diese Angst tragen. Und das eben dann auch häufig dafür sorgt, dass wir dann beim Sex zu früh kommen, wenn wir diese Angst und diese innere Anspannung eben einfach erleben. Das ist also das eine Szenario, was sehr, sehr viele Männer haben und das du vielleicht auch sehr, sehr gut kennst, ist, dass du einfach Angst davor hast, was passiert, wenn es jetzt mir wieder passiert und ich mich danach schlecht fühle. Ein weiteres Szenario, was super häufig verbreitet ist, ist so ein bisschen ein längerfristiges Szenario. In anderen Worten, du hast irgendwo Schiss davor, was passiert, wenn du immer und immer wieder zu früh kommst. Für viele Männer ist ein ganz, ganz großes Thema betrogen werden. Die Partnerin sucht sich einen anderen Mann, der es ihr besser besorgen kann. Das ist für viele Männer ein großes Thema. Ein weiteres Thema ist verlassen werden. Die Partnerin verlässt mich, weil ich es nicht gebacken kriege, sie zum Beispiel zu befriedigen oder weil ich einfach nicht manns genug bin. Und ein drittes großes Thema für Männer, die vielleicht jetzt noch nicht so mega lang in einer Beziehung sind und vielleicht eher häufiger ein One-Night-Stand oder ein Tinder-Date oder irgendwie sowas in der Form haben, ist, ich habe Angst davor, dass ich abgelehnt werde von der Frau. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Sex haben, ich komme zu früh, dann lehnt die Frau mich dafür ab, verurteilt mich dafür und dann bin ich sozusagen der Loser. Das sind so ein paar ganz typische Szenarien, die vielen Männern bewusst oder unbewusst im Kopf rumschwirren oder zumindest im Hinterkopf rumschwirren. Und dann macht es vielleicht Sinn, an der Stelle jetzt einfach mal das Video für dich zu pausieren und dir mal Gedanken darüber zu machen, woran liegt es wohl eigentlich, dass ich ein bisschen Angst davor habe oder zumindest sehr viel Unbehagen habe, wenn es darum geht, dass ich eventuell zu früh kommen könnte. Warum ist das für mich ein Thema, das sehr, sehr unangenehm ist? Gib dir da einfach mal ein paar Sekunden, da ein bisschen drüber nachzudenken. Und wenn du das jetzt an der Stelle gemacht hast, wenn du das Video kurz pausiert hast und dir ein paar Gedanken gemacht hast, dann würde ich dich an der Stelle bitten, die Antwort, mit der du jetzt aufgekommen bist, nochmal zu hinterfragen. Und zwar mit einem Warum. Warum ist das so? Also wenn du zum Beispiel jetzt mit der Antwort aufgekommen bist, gesagt hast, hey, ich hasse es zu früh zu kommen, weil das fühlt sich für mich super unangenehm an, danach, dann kannst du jetzt fragen, ja und warum ist das so? Warum fühlt sich das super unangenehm an? Und dann kommst du vielleicht mit der Antwort auf, naja, weil ich dann das Gefühl habe, dass sie, meine Partnerin, schlecht über mich denkt, dass sie sich verurteilt, dass sie mich verurteilt, dass sie vielleicht über ihren Ex-Freund nachdenkt, der es ihr vielleicht besser besorgt hat. Und dann kannst du auch diese Antwort wieder hernehmen und nochmal hinterfragen. Und warum ist genau das schlimm? Und dann kommst du vielleicht mit der Antwort auf, Naja, wenn sie schlecht über mich denkt und wenn sie mich verurteilt, dann ist es ihr nur eine Frage der Zeit, bis sie mich verlässt. Und so kommst du, wenn du zwei- bis dreimal dieses Warum hinterher schiebst, kommst du relativ schnell bei der tieferen Angst an, die für dich persönlich dahinter steckt und die dafür sorgt, dass du immer und immer wieder zu früh kommst, die dafür sorgt, dass es dich immer wieder beim Sex in die Angst treibt, in die Unsicherheit treibt, in die Nervosität treibt und dafür sorgt, dass du innerlichen Druck hast. Und wenn du diese tiefere Angst, die du da eventuell hast, einmal identifiziert hast, dann ist schon sehr, sehr viel gewonnen. Weil was wir jetzt machen können, ist, wir können zum nächsten Schritt übergehen und wir können jetzt diese Angst einmal ganz detailliert durchspielen. Das heißt, du gehst das, wovor du dich fürchtest, einmal wirklich ganz bewusst und detailliert durch und überlegst dir genau, hey, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich ab dem heutigen Tag für die nächsten, ich sage jetzt mal drei Monate, jedes Mal zu früh kommen würde. Egal, ob du in der Beziehung bist oder Single, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich ab sofort für drei Monate jedes Mal zu früh komme. Und dann geh wirklich mal das Worst-Case-Szenario durch und spielst bis zum Schluss durch. Und dann frag dich ja, und was ist jetzt, wenn dieses Worst-Case-Szenario durchgespielt ist und du wirst feststellen, du lebst immer noch. Du lebst noch, das Leben geht weiter, du wirst dich auch von diesem Worst-Case-Szenario erholen und du wirst eventuell sogar gestärkt daraus hervorgehen, weil du die ein oder andere Lektion eventuell sogar aus diesem Worst-Case-Szenario für dich gewinnen kannst, die am Ende des Tages vielleicht sogar gewinnbringend für dich sind. Und was dann im Grunde passiert, wenn du dieses Worst-Case-Szenario einmal für dich durchgespielt hast und erkennst, dass auch wenn wirklich das Worst-Case-Szenario eintreffen würde, dein Leben weitergeht, du nicht stirbst und du auch danach einfach noch dein Leben weiterführen kannst auf eine zufriedene Art und Weise, dann wird sich ein Teil von dir, dieser Teil, der momentan verängstigt ist, wird sich dieser Teil in dir entspannen können. Und es mag sein, dass du das gar nicht bewusst mitkriegst. Es mag sein, dass du überhaupt keine Veränderung auf bewusster Ebene wahrnimmst, aber unterbewusst kann sich ein Teil, der vielleicht gerade ein bisschen viel Angst hat, kann sich ein bisschen entspannen, weil der merkt, hey, also wenn es wirklich hart auf hart kommt und das Worst-Case-Szenario eintrifft, dann geht es danach auch noch weiter. Und das, was ich als Worst-Case-Szenario definiert habe, ist es vielleicht gar nicht wert, dass ich hier und heute jetzt schon so wahnsinnig viel Panik in mir tragen muss oder so viel Unsicherheit in mir tragen muss. Denn das ist das Worst-Case-Szenario dafür, wenn ich drei Monate lang jedes Mal zu früh komme. Das heißt, wenn ich morgen zu früh komme, wie schlimm kann es dann schon sein? Wie schlimm kann es sein, wenn ich nächste Woche zu früh komme? So schlimm ist es gar nicht. Und dieser Teil in dir, der vielleicht gerade ein bisschen Anspannung verursacht bei dir, der wird sich entspannen können und es wird dafür sorgen, dass du entspannter in dein Sexleben reingehen kannst, entspannter hineingehen kannst in den Sex mit deiner Partnerin oder in einem One-Night-Stand. Und guess what? Wenn du entspannter in euer Liebesspiel reingehst, dann wirst du auch mehr Kontrolle über deine Erregung haben. Wenn dich dieses Video inspiriert hat und wenn du gerne mehr Tipps und Tricks hättest, um beim Sex länger durchzuhalten, dann lade ich dich sehr, sehr herzlich dazu ein, in meinen siebentägigen Länger-Durchhalten-Online-Kurs zu kommen. Ist natürlich for free, wie alles hier auf diesem YouTube-Kanal. Klick dazu einfach auf den Link, den ich dir unten in die Videobeschreibung reinpacke und zieh dir vielleicht auch noch dieses Video hier rein und dieses Video hier rein. Zwei Videos, die dich auch nochmal ordentlich weiterbringen werden. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video und im Online-Kurs. Bis dahin halt die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.